Mein Name ist Elisabeth Kern, ich bin 20 Jahre alt und werde in einigen Jahren den Ferkelproduktionsbetrieb meiner Eltern übernehmen. Wir arbeiten täglich, um unsere Landschaft möglichst nachhaltig zu bewirtschaften und schaffen somit viele Erlebensräume für verschiedene Insekten und andere Arten. Wenn jemand etwas von Kreislaufwirtschaft versteht, dann sind das wir Bäuerinnen und Bauern. Mit den geernteten Früchten ernähren wir nicht nur die Gesellschaft, sondern auch unser Vieh. Was davon übrig bleibt, geben wir der Natur wieder zurück. Für meine Eltern und mich gibt es nichts Schöneres, als qualitativ hochwertige Lebensmittel zu produzieren, hinter denen wir voller Stolz stehen können. Ich freue mich über jeden Hausgarten und jedes Balkonkisterl, das ich sehe, denn auch diese helfen, die Arten zu erhalten.